Ja, Sie wissen bestimmt, wie das in einer Schulklasse so ist. Es gibt ganz viele verschiedene Verhaltensmuster und Typen. Es gibt den Coolen, es gibt den Sportlichen, es gibt den Intelligenten, den Bücherwurm, den Leser und viele verschiedene Verhaltenstypen. Und so ist es eigentlich auch in der Politik. Und die Christine versucht das unter einem Dach zu bringen. Und deswegen will ich die Christine, weil sie versucht, so breit wie möglich die Interessen vom Volk oder von der Stadt Innsbruck unter einem Dach zu bringen.